Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Thomas Treppnau TV. Heute wieder auf Thomas Treppnau TV, weil wir uns einfach ein paar Wirtschaftsdaten gemeinsam anschauen wollen, die, so denke ich, wichtig sind. Das macht Sinn, die zu kennen, um auch sein weiteres Verhalten danach auszurichten. Es gibt ja bestimmte Dinge, die der Einzelne, wenn auch im kleinen Rahmen, durchaus tun kann. Der andere Kanal, unser anderer Kanal, wissenswerte.tv, beschäftigt sich überwiegend mit politischen Themen, zum Teil auch geopolitischen Themen. Wir verlinken diesen anderen Kanal in einem Kommentar unterhalb des Videos. Der Kommentar wird angepinnt und befindet sich deshalb immer an der ersten Stelle aller Kommentare. Wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie einfach mal hin, indem Sie schlicht auf diesen Link klicken. Ja, worum geht es? Es liegen Zahlen vor vom US-Schatzministerium, also vom Finanzministerium. Demnach beläuft sich die öffentliche Neuverschuldung im laufenden Fiskalier. Und das Fiskalier ist bei denen 1.10. bis 30.09. Das heißt, das Fiskalier ist fast am Ende. Nun, die Neuverschuldung beläuft sich auf über 2,1 Billionen US-Dollar, eine gewaltige Summe. Wir reden hier nur von der Neuverschuldung. Das entspricht etwa 8% Defizit und zeigt deutlich, dass wir in den USA kein selbsttragendes Wachstum erkennen. Die Nachrichtenlage aus Deutschland ist katastrophal. Das IFW in Kiel senkte die Bruttoinlandsprodukt-Wachstumsprognose per 24 von plus 0,2 auf minus 0,1. Und laut Unternehmensumfrage des IFO-Instituts sank der Indikator für das Geschäftsklima der Autoindustrie von zuvor 18,5 auf minus 24,7 Punkte. Damit bewegt sich der Index auf den schwächsten Niveaus seit 2022. Laut IFO ist die Stimmung in der Automobilbranche im Sturzflug. Was aber interessant ist an diesen Prognosen, das beobachten wir seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren. Es wird hier so ein sonderbares Verfahren angewendet. Man macht eine Prognose für einen kurzen Zeitraum, also für die naheliegende Zukunft. Und die passt man den aktuellen Erkenntnissen an. Deshalb ist es relativ schwach und hier wurde es ja auch weiter verkürzt. Allerdings für die weitere Zukunft, langfristiger betrachtet, da werden die Prognosen plötzlich wieder positiv. Das ist Schwachsinn, so zu handeln. Das ist eine vollkommen uninteressante und uneffektive Prognosetechnik, die letztlich auch nur Schaumschlägerei ist. Möglicherweise macht man das im Interesse dieser sonderbaren Regierung. Ich weiß es nicht. Es ist ja alles denkbar inzwischen in unserem Land, im Land des Leuchtfuhrers, der Demokratie. Jedenfalls ist es eine Prognosetechnik, bei der die tatsächlichen Probleme, und das sind einfach strukturelle Probleme, ausgeblendet werden. In dem Moment, in dem man die kurzfristige Prognose macht, kann man natürlich nicht leugnen, was jetzt läuft. Also muss man das in der kurzfristigen Prognose berücksichtigen. Und ohne irgendwie auf die tatsächlichen strukturellen Probleme einzugehen, geht man einfach davon aus, dass in der weiteren Zukunft dann doch wieder besser wird. Das ist vollkommener Schwachsinn. Vollkommener Schwachsinn. Wir werden das beobachten, dass die immer wieder angepasst werden, die langfristigen Prognosen immer wieder runtergekürzt werden, im Erstellen der kurzfristigen Prognosen. Aber das hat eben momentan System. So läuft das momentan. Und ein Umdenken ist ja in unserer Wirtschaft nicht zu beachten. Ja, es müssen erstmal die realen Steuernahmen komplett kollabieren mit entsprechenden Folgen fürs Sozialsystem, für die Renten. Dann wahrscheinlich wird man erst den Tatsachen ins Auge blicken und dann fragt sich, ob eine Regierung, und diese wohl ohnehin nicht, in irgendeiner Art überhaupt noch handlungsfähig ist. Das Ivo-Institut hat auch die Hintergründe erklärt. Der Grund für diesen Abschwung seien die äußerst pessimistischen Erwartungen für die kommenden sechs Monate. Das Barometer für die Geschäftserwartungen sackte von minus 29,5 auf minus 40,5 Punkte ab. Der Indikator für die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage, der viel geringfügig von minus 6,9 auf 7,2, also auf minus 7,2, was ja ohnehin schon schlecht genug ist. Und die Unternehmen in der Automobilindustrie in unserem Land litten laut Ivo unter einem Mangel an Aufträgen, besonders aus dem Ausland. Ja, das wird sich weiter verschärfen. Wir haben ja von VW Nachrichten, die sind so schlecht wie noch nie in der VW-Unternehmensgeschichte. Ja, wenn man halt aufs falsche Pferd setzt, dann erwischt es einen irgendwann. Go woke, go broke, sagte Elon Musk schon vor etwa zwei Jahren. Das bestätigt sich nun auch für diese Unternehmen. VW macht mit Abstand die schlechtesten Umsätze der großen Autoproduzenten im weltweiten Vergleich. Ja, also da werden wir sehen, was passiert. Es sind ja auch Werkschließungen angedroht. Auch das Barometer für die Beschäftigten Erwartungen fällt von minus 15,6 auf minus 27,6 Punkte. Wir reden von der Automobilindustrie als einer Schüsselbranche unseres Landes, aber das spielt in Berlin keine Rolle. Im Gegenteil, es wird halt einfach mal alles zerstört und Einhalt gebietet Ihnen niemand. Und wie bei Wahlen umgegangen wird, sieht man ja, BSW wurde offensichtlich auch noch rechtzeitig installiert, um das System und die Ziele des Systems aufrechtzuerhalten. Ja, also die Zahl der offenen Stellen ist deutlich gesunken. Der Arbeitsmarkt kühlt sich ebenfalls ab. Die Zahl der offenen Stellen lag im Frühjahr 24 bei 1,3 Millionen und sank bis zum Vorjahresquartal um circa 23 Prozent. Das ist das sechste Quartal in Folge mit einem Rückgang der offenen Stellen am Arbeitsmarkt. Und diese Arbeitsmarktdaten sind nachlaufende Wirtschaftsindikatoren. Die Schwäche der deutschen Konjunktur erreicht den Arbeitsmarkt immer stärker. Je schneller der Kapitalstock verringert wird, desto schmerzhafter wird es am Arbeitsmarkt werden. Und wir werden diese Entwicklungen erleben. Kapitalstock heißt Summe aller Unternehmen. Ja, also auch hier keine positiven Reaktionen der Politik zu erwarten. Eher im Gegenteil. Wir haben ja die Fähigsten der Fähigen, auch den absolut fähigen sogenannten Wirtschaftsminister Habeck. Übrigens hat sich Prof. Dr. Sinn, früher Chef des IFO-Instituts, zu dieser Situation geäußert. Und er sagt, ich zitiere kurz, Deutschland richtet seine eigene Industrie zugrunde. Das werden andere Länder begrüßen, aber nicht kopieren. Ja, wo soll das hingehen? Irgendwann brechen die Steuereinnahmen weg. Das wird den Immobilienmarkt treffen. Das Chaos wird, wenn es so weitergeht, groß werden. Es wird am Schluss zu einer Währungsreform kommen. Und dann fragt sich aber, wenn da was Neues eingeführt werden soll, wie will ein Staat die Sicherheit dieser Währung international untermauern? Naja, da geht es eben dann ans Eingemachte. Da geht es ans Vermögen. Vermögensregister ist ja schon am Plan. Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz ebenso. Dazu machen wir ein Seminar am 5. Oktober. Beginnt nachmittags am Samstag um 15 Uhr. Wer Interesse hat, schickt uns einfach eine kurze E-Mail mit dem Stichwort Enteignung. Die E-Mail-Adresse ist unten in der Infobox genannt. Schicken Sie es uns. Sie erhalten unverbindliche weitere Informationen. Ja, ich möchte das Ganze auch noch kommentieren. Zum Teil mit Worten von Gerhard Bräunig. Der VW-Konzern gehört zu den Firmen, die Strukturkredite bekommen und eigentlich dafür nur die Zinsen zahlen. Die Verschuldung des Konzerns ist exorbitant und dass diese Einnahmen nicht mehr für die Zinsen reichen, ist schwer zu glauben. Unser Land bekommt gerade gezeigt, dass die Erfolgsgeschichte wieder mal zu Ende geht und wir demnächst von vorn anfangen müssen. Geplündert wurde jetzt über 80 Jahre. Die bereits während des letzten Krieges beschlossene Deindustrialisierung ist fast abgeschlossen. Man hat eben nur die Grünen dafür gebraucht und eine willfährige SPD und eine ebenso willfährige FDP. Das, was wir unsere Regierung nennen, führt längst einen offenen Krieg gegen die Bürger dieses Landes. Der Abstieg ist längst vollzogen. Es ist fast nichts mehr übrig. Es geht nur noch um die Resteverwertung. Kein einziger DAX-Konzern ist mehrheitlich noch in deutscher Hand. Alles, was technisch noch von Bedeutung ist, wird über kurz oder lang an China oder an die Amis verramscht. Weshalb sollte dann der Steuerzahler noch für irgendwelche Verluste aufkommen? Die Antwort ist einfach, weil das so gewollt ist. Wir werden so lange verschuldet, bis alle unsere Werte verpfändet sind. Unsere Bodenrechte, unser Erbe. Das ist es, was sie haben wollen. Joschka Fischer hat schon vor langer Zeit gesagt, das Geld muss aus Deutschland herausgeführt werden. Egal für welchen Unsinn, Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Der jetzige Wirtschaftsministerdarsteller konnte mit Deutschland noch nie etwas anfangen und bestreitet öffentlich, dass es ein deutsches Volk gibt. Da liegt er wahrscheinlich sogar richtig, denn es gibt nur die deutschen Völker. Ein gutes Beispiel, wie der Hase seit vielen Jahren läuft, ist der längst vergessene Hypo-Real-Estate-Deal der damaligen Bundesregierung. Wären die bundesdeutschen Regierungs-Hampel-Männer, wobei das noch die vor der Ampel waren, nicht eingesprungen, wäre der italienische Großaktionär einen Tag später auf dem Milliardenschaden gesessen. Nachschusspflicht heißt das Zauberwort. Warum fordert der VW-Vorstand die Anteilseigner nicht dazu auf? Ah ja, richtig. Weil die bundesdeutschen Regierungs-Hampel-Männer, jetzt meine ich die aktuellen, eh schon mit geöffnetem Geldbeutel bereitstehen. Die werden sich ganz bestimmt wieder irgendeinen Schwachsinn ausdenken, der die Bürger sehr, sehr viel Geld kostet und möglichst wenig Sinn ergibt. Im Übrigen, die Überheblichkeit und Degeneration des Westerns ist sein eigener Untergang. Bis bald!